Ladies and Gentlemen hallo und herzlich willkommen zurück zu Twiets Fusion mit dem Daloo, dem Sebastian, dem Jey und dem Mia. Was sagt denn? Oh mega lecker man fang. Das ist kein Leck, du bleibst einfach direkt hängen. Ich hatte einen Leck an der Reise. Hallo Peter. Hi Daloo, was geht ab du geile Sau? Was sagt denn? Oh lol, da kann man ja rum. Oh, das ist assi. Runden lang ist besser. Okay, dann gehe ich runter, okay? Okay, Crash. Oh, das war jetzt nicht schlecht. Was? Ach, da war jetzt auch kein Checkpoint? Komm, lacker mich. Moment, ich verstehe es hier gerade nicht. Ah, da kann ich dann runter, okay, verstehe. Alter, die Map ist mega unübersichtlich, ich war ganz ehrlich. Komm schon, huck. Nein, 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 nein. Nein, das ist gemein da oben. Da hängt so ein, da hängt sich selber auf. Oh nein, wieso überschlägt der sich denn? Ist das eine mittlere Strecke oder ist das eine Späge? Ach, das ist die Schwere. Das ist die Schwere, okay. Oh, oh, oh. Oh. Alter, ist die Scheißstrecke unübersichtlich, ey. Ja, schon, aber ich frag mich, wer die so gebaut hat. Ist ja schon ziemlich viel. Ja, ist nice. Hat die Flow, Peter? Nee, aber die schweren haben nie Flow, das ist ganz normal. Wait, ach Gott, da muss ich hoch? Holy shit. Oh Gott, da ist kein Checkpoint. Das ist ja easy. Ewig lang kein Checkpoint. Ach, komm. Alter, was passiert denn hier? Ja, ohne Witz. Da freut man sich, dass man das da hoch geschafft hat und dann... Okay, okay. Scheiße! Boah, wie ich jetzt hier so Mitte der Map so versage an dieser Stelle. Komm, schau. Oh, ich bin drüber. Jawohl. Oh, wer ist das? Ice-T. Hi. Oh, was ist das denn? Und das ist ja assi. Das ist ein Skandal hier, der Teil der Strecke. Skandal! Als ob, Mann! Ach, man muss da hoch? Ja. Ich dachte, man müsste drunter, ja. Ist das Skandal. Wieso seid ihr denn jetzt schon so weit gekommen? Och, da kommt wieder kein Checkpoint. Oh, das ist aber schade, Mensch. Das ist schade. Ich will es auch zu euch schaffen. Gib mir die Muff von Grayscale! Das ist ja jetzt. Das ist ja jetzt. Jetzt sind wir alle nah beieinander. Ja. Nee! Ich bin noch nicht... Ich bin... Ich bin... Der nächste Checkpoint ist so assi. Das gibt es noch gar nicht. Oh, Mann! Wie... Da war kein Checkpoint? Richtig. Fuck it! Ist das hier ein Checkpoint? Yes! Nein! B! Ja, ich bin jetzt bei euch angekommen! Okay. Ha! Ha! Alter! Die Checkpoints, Mann! Die sind echt mega gesetzt. Oh, Mann! Warum nicht? Ha! Ha! Aber was hier abgeht, ist schon, äh, nice. Oh, du willst, die Karte ist ganz cool gemacht. Ah, bis zum nächsten Checkpoint ist doch easy, ey. Aber... Ja, ja! Oh, ne! Ich konnte jetzt zielen, weil da einer schon kurz vorm Ziel ist! Scheiße! Fehler ist kurz vorm Ziel, oder? Einen kackt da nicht schaffe! Ne, Dado, oder? Oh, jetzt hab ich noch 30 Sekunden! Jetzt ist fucking Jay hier auch noch, ey! Du musst auf dem Block stehen bleiben! Versuch's! Nein! Oh nein! Nein! Wo- Ah! Der Jay war easy! Kein Problem! Gott, ne! Nein! Nein! Das ist so ne Scheiße, das ist so ne... Nein! Schaff's nicht! Fitter auch nicht! Oh, ne, ich fitter auch nicht! Oh, Mann, ey! Guter, die Strecke nicht so schwer war. Nein, die war, äh, war schon, war schon, war schon higher schwer. Ja, guck mal, Dadoo hat auch lange gebraucht dafür. Das stimmt, deswegen. Deswegen ist das einfach schon ein Indikat dafür. Da kriegen halt nur Profis geschafft. Die schaffe ich auch. Rocket Sign. Wieso war denn jetzt gerade das Wiederholungssymbol davor bei der Strecke, äh, obwohl das eine schwere war und die logischerweise nicht wiederholt wird? Das sieht ja schon mal geil aus hier. Das ist, außerhalb der Regel, dass man, äh, die nur einmal spielt. Hä? Ja, Standardeinstellung ist halt zweimal spielen. Achso. Vielleicht ist das deshalb angezeigt. Ne, ne, ne! Och, komm! Ist das hier ne mittlere? Ja. Beginner. Das prangere ich aber an, ey! Ne Beginnerstrecke, glaube ich. Hahaha! Ey, was geht hier ab, ey? Oh, ich hab's geschafft. Endlich. Oh, das war aber schwer. Ne, haben wir grad fast den Kopf gestoßen, du. Dann ziehst du die Checkpoints nicht. Dann hört sie nur. Das stimmt. Das stinkt. Oh, ich weiß, wo du meinst mit dem Kopf stoßen. Ja. Ja. Das ist ja sehr knapp. Oh! Oh, hier schützt man aber auch. Ey, kann man ganz schön häufig sich den Kopf stoßen. Oh, nein! Ah, gut, aber ein Checkpoint. Nein, jetzt hat er mich doch fast überholt. Oh, Mist. Er hat mich überholt! Nein! Nein! Die Russell-Wande. Oh, du bist aber ganz schön nah dran. Das gibt es nicht. Oh, du bist aber ganz schön nah dran. Ich krieg den nicht. Also, Moment! Ich bin wieder bei Dalu. Ich krieg den hier nicht. Ah, jetzt hab ich ihn endlich. Warum krieg ich den denn hier nicht? Ah, fuck! Warum krieg ich denn den einen hier nicht? Oh, fuck! Come on! Na, du warte mal kurz, ne? Ja, easy, ne? Ja, ja, easy. Lass euch Zeit. Ah! Motherfucker. Die ist aber auch schon higher-Mittel, ey. Higher-Mittel? Ja, ja. Nee! Die hat teilweise knackigere Stellen. Ja, finde ich auch. Ich fand das neu. What the fuck? Hä, warum schaffe ich denn den einen Sprung hier nicht so geil? Ach, komm schon. Nein! Oh, das war doch... Die geht vor allem super lang. Hallo, jetzt aber schnell ins Ziel. Ja, ja. Das kannst du ja auch nicht nehmen. Jetzt aber schnell. Boah, du Huren-Scheiße, ey! Oh, jetzt ist Sepp hier auch noch, ey. Oh, jetzt ist Sepp hier auch noch, ey. Oben drauf stehen bleiben. Jo. Oh, Peter! Das wird sehr eng. Nein! Komm schon! Nein! Sepp hat's geschafft. Jawohl! Oh, das war mega knapp. Oh, ho, ho, ho. Aber beide noch geschafft, Sepp. So ne Scheiße, ey. Die gibt's zweimal, ja? Die gibt's zweimal, ja? Ja, die gibt's nochmal. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord, ey. Die war echt erstaunlich schwierig, fand ich. Die war echt erstaunlich schwierig. Für ne mittlere halt, ne? Ach komm, direkt am Anfang verkackt, oder was? Geil, wie da hinten erstmal die Rakete startet. Wenn man einmal im Flow ist, dann löpt das auch. Oh. Dieser Anfang macht mich hier fertig, ey. Das hat er mich verhin schon. Ja. Agree, Peter. Agree, Peter. Na, diesmal stoße ich mir auch nicht den Kopf. Oh, oh, oh. Ach, nicht vielleicht. Nein. Ach, das hat jetzt nicht gezählt für den Checkpoint. Leck mich doch. Finde ich nur richtig. Oh. Oh. Scheiße. Oh, nein. Oh. So. Das wär der doofe Sprung. Oh, was ist das denn? Oh, das ist so scheiße. Warum? Ich war so schon vorne. Oh, Dalu ist besser in Sicht, die Sachen merken. Das heißt, die Sachen merken, meinst du, äh, wiederholen. Oh, das war ein Genickzwirbler. Haha. Warum komm ich denn da vorne jetzt nicht vernünftig hoch? Ah, ja, genau. Und jetzt beim ersten Mal. Easy. Ja, fuck you, ey. Jetzt auf einmal. Sei lieb, Dalu. Der ist schon wieder da, ey. Schön. Schön. Ne, schön bei mir gerade. So langsam musst du reinfahren. Ein Stückchen ab. Sepp sich ja selbst am Benicen ist. Fuck, Alter, ich komm nicht an. Ich hab schon, ich hab noch versucht mit springen. Also das war, glaub ich, sogar noch recht knapp im Endeffekt. Ja, aber das, das leider aktualisiert der Balken oben nicht perfekt. Wurde auch schon mal überholt dabei. Obwohl man mir noch wirklich überholt war. Ne, man will dich ja eigentlich nicht dafür bestrafen, dass du so freundlich bist auf uns zu warten. Aber versucht hab ich schon. Komm schon. So, Sepp. Jawohl. Komm nicht an. David ist mal eingetütet da. Ja, verkackt. Fuck. Bin an der einen Stelle hängen geblieben. So ne Scheiße. Das war tatsächlich Fehler, jawohl, ey. Man hat nicht mal in der Runde ist ein Pokémon gespawnt. So ne Scheiße. Wubble down, ja. Ist Jay denn trotzdem noch vor mir, ey? Versteh ich auch nicht. Weil ich die eine Runde geschafft hab. Die schwere. Die wirklich schwere. Die hab ich auch geschafft. Achso, ja, die. Achso, ja, stimmt. Ich hab hier so ne leichte. Jetzt kommt wieder ne Hade, ne? Jetzt kommt wieder ne Hade. Ne Hade. Wie kann ich überhaupt abspringen? Y. Y. Ah. 3, 2, 1, go! Sieht ja ganz schön dreckig aus. Boah, ein starker Start von mir auch. Sind wir also nicht in, äh, Zürich? Wir sind nicht in Zürich. In Schwürich. In Schwürich. Nicht hoch. Oh, oh, ne. Der war kacke. Hopp. Jawohl. Dafür war der gut. Dafür war der gut. Oh, da kommt, da jetzt kommt richtig fieter Abschnitt. Das, ich hasse das in dem Spiel. Äh. Ich kann sogar sein, dass ich den nicht schaffen werde. Warte, das wäre das erste Mal, dass Dalu nicht erster wird hier. Ich krieg das nicht hin. Es gibt schon direkt auf. Ja. Ne, das ist... Ich hab jetzt gar nicht die Problematik gesehen. Guck den nächsten Mal. Er macht ihn zweimal hintereinander. Das... Es geht doch gar nicht. Ich hab jetzt ehrlich nicht die Problematik gesehen. Ey. Ich weiß jetzt gar nicht, was das Schwieriges war. Das ist... Problem immer, Richard. Ich kann auch nicht. Das Schlimme ist, Jay, der kommt danach nochmal und Peter fährt an beiden einfach vorbei. Echt? Ja. Der kommt zweimal, dieser Move. Ernsthaft? Wirklich? Echt jetzt? So, ich hab's gemacht. Ach, scheiße! Nice, Peter. Vielleicht sollte ich mal warten, oder? Wobei, das ist langweilig. Weißt du, auf Dalu wartet auf uns. Auf Dalu wartest du nicht. So ein Arsch, ey. Ja, ist auch arschig. Das ist unmöglich. Was ist das für eine Scheiße? Ich kann es nicht. Ja, Dalu so. Genau so. Easy Game. Genau so. Ja, hat mich nur 8 Stunden gekostet. Wie geht denn das? Oh, ein paar Sekunden. Oh, noch nicht. Ja, tut mir leid. Oh, Mann. Ich war so euphorisch, dass ich es geschafft habe, da hab ich gar nicht drüber nachgedacht zu warten. Alles gut. Wie geht... Hä? 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 Wie das geht. Peter ist auch... Ich glaube, Peter ist auch irgendwie in einer Dimension wieder hinten gefahren. Und da war einfach nur gerade. Ja. Peter hat schon eine andere Strecke in der Abkürzung genommen. Kann man dann ja bei mir auf dem Video sehen. Easy Game. Keine Ahnung, wie das geht. So, mittlere Strecke. Die Spiel ist so unfassbar hässlich manchmal. Ne, das sind die Strecken. Wir hatten echt geile beim letzten Mal. Ja, das stimmt. Beim letzten Mal hatten wir echt viele. Sepp hat hässlich gesucht. Ja, er stand im Titel und kann nicht dafür. Sortieren nach Ugly. Alter, was ist das hier für ein absoluter Oberbundschiff. Hey, wieso komm ich denn hier vorne nicht hoch? Ja. Wieso? Du bist doch schon ganz weit vorne. Ja, aber hier vorne kam ich gerade irgendwie nicht hoch. Huiiii. Was ist das für eine Scheißstelle, Mann? Kusschen. Ah! Wir kommen noch. Hier. Lol, der Checkpoint ist ja voll weit weg! Fuck you! Das schaff ich nicht. Boah, Scheiße! Ohne Spaß, der Checkpoint ist mega weit weg! Ja. Wer ist ja Wichser, ist denn da auf Platz 1? Daniel. Nein. Na, Daniel, ich mach mal ein bisschen Druck, ne? Ja, mach mal Druck hier. Wir müssen die Lappen halt mal erst geben. Endlich! Das Ende war ziemlich geil. Also so nach der Hälfte war es von einem durch. Die hat Flow die Strecke. Ja. Peter, die hat Flow. Nach der Mitte. Ich stimme zu. Wenn man nicht so inkompetent ist wie ich, hat die Flow. Du schaffst das doch auch. Mann, ich war so schön drin, ey. Ja, wobei, kann passieren. Kann passieren. Das Ende hat Flow. Das schafft er nicht. Peter, schafft er das. Nein, der crasht jetzt. Er kann doch abspringen. Ja, genau. Also das war, ja. Ihr habt Flow verstanden. Ja, natürlich. Ich hab dich schon nur geärgert damit. Ja, Jay hat gerade Flow verstanden. Er hat's noch gegoogelt, wenn er so weit oben war. Ja, genau. Ich will in Folge mal kurz nachgegucken. Was heißt denn das? Das ist Englisch, ne? Ah, der ist so ein Lutscher. Guck mal, der Anfang ist nur wenn du perfekt alles machst flowig. Ja, ist er auch so. Aber Peter macht das Gegenteil von perfekt. Scheiße. Ah! Ach, das gibt's einfach nicht. Nein! Nein! Oh fuck! Dann's wär noch geil. Ach komm, wieso schaff ich das denn? Ich bin so ein Noob! Du bist so ein Eunuch? Ne, Noob! Das ist auch ein englischer Begriff. Drecksfuck-Noob bin ich! Alter, ist das hier ein Fick-Abschnitt! So, jetzt bin ich drin. Komm! Jetzt bin ich drin. Jawohl! Gib ihm! Nein! Überschlag! Scheiße, ich bin aus dem Flow raus. Ich auch! Ah, noch haben wir ja keinen Zeitdruck. Alter, gib es jetzt. Da, du. Jetzt musst du Gas geben. Nee, nee. Darfst du gar nicht. Mach Zeit. Ja, versuch mit dem Ziel nicht zu natzen. Mit dem Springen. Warum schaffen die das denn dann genau auch? Ach komm, jetzt fall ich runter. Das war Peter Stress. Ernst. Mal meine Hände schwitzen, Mann. Absprung! Oh, das wird knapp! Absprung ist einfach so mega nice. Jetzt abspring, Sepp! Spring! Jetzt schon. Huuu! Die erreicht! Zack! So, er hat echt noch geschafft. Scheiße. Abgesprungen, hallo. Cool, im Ziel gekommen. Hat er nicht einfach 0 bekommen. Ich wollt grad sagen, du hast 0 bekommen, du Leibers. Danke schön, meine lieben Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Scheiße. Geilen Foto-Finish. 2. Wieder. Geil. Haut rein.